Herzlich willkommen bei der BEST-Gruppe. Sie sprechen mit Frau Kulura. Was kann ich für Sie tun? Die BEST-Gruppe existiert in ihrer heutigen Form mit einer AG als Besitzgesellschaft seit 2011. Entstanden ist sie aus der Übernahme von fünf traditionsreichen Versicherungsmarkterunternehmen mit teils über 40-jähriger Branchenerfahrung. Wir ermitteln maßgeschneiderten Versicherungsschutz und Lösungen für unsere Mandanten mit Leidenschaft. Versicherung ist wahrscheinlich eines der Produkte, die am wenigsten sexy ist von allen Produkten, die man irgendwie kaufen kann. Aber, und das glaube ich, kommt immer wieder zu kurz, wenn man den Unternehmer versteht, wenn man seinen Mandanten wahrnimmt, wenn man weiß, was er will, wenn man in der Lage ist, ihm daraus eine Risikomatrix zu bauen, Transparenz zu schaffen in die Situation, in der er sich bewegt und in der er sich bewegen möchte, wenn man daraus deutschlandweit und mitunter europaweit Versicherungspakete einkaufen kann für seine Mandanten, wenn man daraus geeigneten Schutz und im Schadenfall geeignete Begleitung baut, wenn man ein Netzwerk hat, das es dem Mandanten ermöglicht, seine Probleme in andere Hände zu geben, weil er weiß, dass sie gelöst werden, dann schafft man richtige Lösungen. In unserem Hause wird die Ausbildung sehr ernst genommen. Ich durfte mich jederzeit aktiv und mit zunehmender Verantwortung einbringen. Als Ergänzung zur praktischen Ausbildung habe ich an externen Seminaren und Prüfungsvorbereitungskursen teilgenommen. Aktuell studieren drei Kollegen und ich berufsbegleitend an der Fachschule für Finanzdienstleistung. Heute gebe ich mein Wissen an die neuen Auszubildenden der BESS-Gruppe weiter. Für mich hat Kompetenz zwei Seiten. Können und Wollen. Beim Können ist das Wissen selbstverständlich. Dazu gehört die stete persönliche Weiterentwicklung wie auch die fachliche Weiterentwicklung. Aber beim Wollen zählt das Herzblut. Wollen kann man nicht mit dem Kopf steuern. Wollen kommt vom Herz. Man muss mit und für den Mandanten sich einbringen. Das heißt, man muss im Team funktionieren. Man muss Rollen des anderen annehmen und übernehmen. Man muss sich hineindenken können. Man muss sich hineinfühlen können. Und man muss dann zum richtigen Zeitpunkt im Team das Richtige tun. Wir haben den Vorteil, dass wir vier Partner haben, vier Geschäftsführer, die alle aus Fach- und Führungsverantwortung kommen. Wir alle wissen, ein Versicherer hat an der und jener Stelle seine Grenze. Und es gilt, dass wir diese Grenze überschreiten. Innerhalb der Grenzen bewegen kann sich jeder. Über die Grenze gehen muss man wollen. Das Gesamtpaket bei der BESG-Gruppe stimmt einfach. Der Arbeitsplatz, die Arbeitsatmosphäre, der Standort, vor allem aber der Umgang untereinander mit den Vorgesetzten und Kollegen. Das Drumherum hat mich von Anfang an auch überzeugt. Die Betriebsfeiern, das gemeinsame Mittagessen, die Vertrauensarbeitszeit, die betriebliche Altersvorsorge und noch vieles mehr. Bei der BESG-Gruppe kann man sich einfach nur wohlfühlen. Die Betriebsfeiern, dienicas zu landlorden, sind von Anfang an verhalten. hoffe man personas übern Maintenant. Bis zum nächsten Mal.